Oh Gott, ich hab keine Ahnung tatsächlich Okay, also wir müssen hier... Hier... Wahrscheinlich hier und dann... Brüder! Beseitig diese unverschämten Außenseiter! Das ist heiß... Die Shadowpaaren benötigen keine Hilfe von außen. Entfernt diese Eindringlinge! Oh, wo kommt ihr her? Trank? Darum Flaumenschnaps! Aber warum nicht, ne? Sie gilder der Freund! Hussar! Schlechlinge! Lass mich Platz für unsere Gäste schaffen! Haha! Kommt! Euer Tod erwartet euch! Oh! Oh, Digi! Ich zeige euch! Meine... Mach! Komm zu mir, Schlange! Zusammen werden wir diese Eindringlinge vernichten! Schlange! Erfülle mich mit deiner Macht! Sogar... Zusammen... Haben wir... Versagt! Entschuldigung! Wollte ich ihn jetzt einmal nicht unterbrechen! Wollte ich ihn jetzt einmal nicht unterbrechen! Bäh! So! Ätherische Schaar! Okay! Okay! Dann haben wir ein paar gerettet! Äh... Let's go down! Äh... Oh! Macht er sich schaden! Ist ja interessant! So! Dann... Müssen wir als nächstes... Äh... Meister Schneewehr! Ihr habt zugelassen, dass Tashar nach all diesen Jahren wieder erwacht ist. Wenn ihr wahrlich ungeschehen machen wollt, was eure Art unserem Land angetan hat, dann müsst ihr euch zunächst hier in unserer Schule beweisen. Zunächst werdet ihr den Initianten gegenübertreten. Wenn einer unterliegen wird ein anderer seinen Platz einnehmen. Sollte einer unterliegen, wird ein anderer seinen Platz einnehmen. Ihr habt noch viel, ihr habt unsere unerfahrensten Schüler bezwungen. Jetzt müsst ihr euch gegen zwei der Besten behaupten. Ich werde euch gegen zwei der Besten behaupten. Ihr habt meine begabtesten Schüler bezwungen. Vielleicht seid ihr doch von Nutzen. Wie mein Meister eins sagte, nur im Kampf lernt ihr eure Gegenüber wirklich kennen. Tretet vor, sodass wir einander gebührend vorgestellt werden können. Bild. Ja, definitiv. Nun gut, Fremde. Zeigt mir eure wahre Stärke. Okay, ähm. Ihr habt euch im Kampf bewiesen. Wenn ihr uns weiterhin unterstützen wollt, hätte ich noch gerne eine Bitte an euch. Das Schal der Gewalt erwartet euch in den versiegelten Kammern vernichtet es, wenn ihr euch meinen Respekt verdienen wollt. Gut. Okay. Kommen wir. Ähm. Okay. Sie sind wieder da. Ja. Na gut. Ähm. Leute. Ach stimmt, wir können ja. Oh. Tolta? Oh. Wurz. Okay. Okay, dann wollen wir mal. Solange die Gewalt in euren Herzen wohnt, werde ich zurückkehren. Ja, ähm, ja, wo ist die Kohlein, dann hab ich's. Äh, da haben wir. Ach ja, ja. Okay. Okay, cool, um, I just don't do this shit, okay, cool. Okay, I don't... Ah, dann... ... 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